Hallöchen Freunde, mein Name ist BlackyWidow und willkommen zurück zu einem neuen Video und ja, mein bester Kumpel ist bei mir, Mann. Hallo, wie geht's euch? Beste, ich blende euch genau jetzt einen Ausschnitt ein, woher ihr ihn kennt. Ich bin eine Krabbe. Ja, das sagten sie bereits. Ja! Und hat's Glück gemacht? So geil! So geil! Okay, Freunde, also, heute ist viel passiert, weil wir müssen auch viel unterwegs sein, wir müssen Spaß haben. Ja, normal, wir sind ja auch Menschen, wir müssen auch ein bisschen was tun. Ihr alle wisst, ich hatte momentan eine ultraschwere Zeit und es lief auch alles irgendwie ein bisschen sehr kacke, ein bisschen sehr Blacky in den Boden stampfen. Aber gut, so viel will ich darüber auch gar nicht sagen, aber eine Sache kann ich euch sagen und zwar, Skylaker und ich, wir werden uns nie wiedersehen. Nie wieder. Wir werden nicht, Freunde werden gar nichts. Ich hab mit dem Thema abgeschlossen. Falls du das siehst, genieß dein Leben, mach was du willst, aber mich wirst du nie wiedersehen. Ja, gut. Ja, Freunde, wir hatten heute einen ultrageilen Tag, waren in einem Jugendzentrum, wo ich ab und zu mal mit ein paar Kumpels schille und da mein Guter jetzt hier ist, durfte ich mir das nicht entgehen lassen, mal mit ihm Billard zu zocken. Und leider so akkutechnisch war da jetzt nicht viel zu machen. Wir haben ja locker fast eine Stunde aufgenommen. Ja, wir haben locker fast eine Stunde aufgenommen und ich finde, das geht in einer guten Qualität halbwegs. Ja, und richtig geile Szenen sind auch dabei, vor allem bei Double Kill. Ja, obwohl, nee, das werde ich jetzt sehen, ich will gar nichts vorausnehmen. Genau, okay. Ja, Freunde, also, ich werde jetzt wieder nach vorne gucken, werde jetzt auf jeden Fall auch wieder happier werden und er wird mich auch so schnell nicht verlassen. Grüß mal deine Freundin im Bad Arzt Park! Ja, Tappe, ähm, Dennis, ähm, Mama, keine Ahnung, ihr alle aus Bad Arzt Park. Ja! Ja, die mir, die Fabio guckt, ihr könnt alle mal ordentlich meine Nippel lutschen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, ähm, wir wünschen euch noch einen ultra geilen Tag und ihr werdet jetzt einfach mal sehen, was wir so gemacht haben und wir wünschen euch frohes Gucken, also dann... Gucken! Okay, Tim, jetzt kommt das Beste. Das Beste? Mein berühmtes Tschö-Synchron. Dein Tschö-Synchron? Ja. Und wie geht das? Du weißt, wie das geht. Okay. Okay, und los. Tschö! Du weißt, wie das geht. vinyl victims, Roman. EIST und über das "'Road das V cybersecurity' ist einweis Good Job' ist sie. Neue Wildlife miele gaining erstci eine Analyse und tiedration. lutenсон von uns schuter Casino verbrauchverbalgen. Ich wirklich Apostol Partei und Stapp entlang, dass wir mit deinem Grund aufpassen. Ich bin darüber wirklich angekommen, dass wir mit deinem beden hierher kommen, werden darf ich noch nicht reflekt jobujay 물론 sein und ihre aufge drills leer. Scheiße wird das nicht mère! Ja. Wie geht das denn? Ja. Um los. Du weißt, wie das ver готов ridden. Ja. Ja. Wann, dann всех droit machen. Du weißt, wie das durch die мозural Standstage und wir hören. Yeponymouscke hierher befallen Dat魚 ver grandchildren. Saffi-Lighting,翼になれ 見てみたいな 宇宙になれる君 今が成長期 新世界を もどかしくてもどかしている 無我夢中になれるものが欲しい 不甲斐ない日出てないなんて可愛くないね コンパクションは逆手にとってオリジナリティ Don't believe me, don't believe me, don't believe me やらなきゃ甘いで山積みな問題を Don't believe me, don't believe me, don't believe me ふわっかり歓いて 紹介を叩いて I'm a baby, don't believe me Everybody, put your hands up Saffi-Lighting,そのイメージで きっとなれるさ ナリティジ Lynれ Sai-Nasi-Yogo-One Obo-Tai-Yogo-One Sai-Nasi-OSHIT A-AH! Hallo Katrin. Alles von oben zu weit! Wir haben den Litzender! Ich hab aufgefasst, dass wir alles nicht machen. Da war ich drüge, die Litzender zu hören. Was? 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 La-la-la-la-la